Und es soll konkret darum gehen, wie dieses Duo hier der Startpunkt ist für einen Cluster, der ideal ist für Migration von physikalischen Hosts, von VM-Ware-Hosts und der hochverfügbar sein soll mit dem Plan B. Also der Plan A ist schlicht und ergreifend, dass der, jetzt haben wir jetzt die Kamera 1, der die Haupt-Storage ist, sollte der irgendwann mal wegfliegen, und wir haben hier mehrere Satelliten, hat jeder Satellit seine eigenen Replikate. Das ist der Plan für diese Geschichte. So, und der Tech-Channel schreibt, hallo, hallo, ist du nie auch Florian? Ich kann es mir nicht merken, Menschen, not a fan. Gut, kann es mir wirklich nicht merken, Menschen ist ganz schwierig. Für umso besser kann ich mir Computer merken, deswegen sind wir auch hier heute hier. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen schon mal alles vorbereitet und so sieht das jetzt aktuell mal aus. Also wir haben hier ein Cluster, wir können ja mal gucken, wie der ausschaut im Vornherein. Zwei Nodes, PVE1 ist der 19-Soll-Server, PVE2 ist der kleine HP-Micro-Server. So, dann haben wir, ich bin jetzt gerade mal so frei, und schmeiß mal mein Wasser um, und werde mal, wisst ihr, ich bin ja kein professioneller Moderator, deswegen, was mir Markus hier empfohlen hat, diese tollen Dinger hier, ja, für Podcaster, kann man ja lesen, Angelo, Dingsda vom Rossmann. Sind super, machen eine geschmeidige Stimme, und schmecken so ein bisschen wie diese, diese Kirmes-Dinger da. Ja, ist ganz, ganz lecker eigentlich. Zwei Computer haben wir. Von der Leistungsklasse her, also zwei Nodes, die sind ein Cluster. Was bedeutet der Clash-Clash noch? Wir haben beide Online, kein Offline. Wir haben zwei VMS gestoppt, wobei jetzt nur eine vorbereitet ist. Und interessant wird es eigentlich hier, bei den Data-Stores, local wäre der file-basierte Store auf dem Teil, also auf den SSDs, direkt im ZFS-Dataset. So, das wäre hier mit den ISOs. Local ZFS wäre der Startpunkt für Z-Vols. Da sind auch schon welche drin, erkläre ich auch gleich, zeigt ihr gar nicht an. Jetzt hier NFS-Base. Hier wird es interessant. NFS-Base ist ähnlich wie local, ein eigenes Dataset an einer anderen Position, mit Unterdatasets, die wir quasi per NFS freigegeben haben. Und das ist, verrate ich schon mal so viel, dass das nicht an der richtigen Stelle ist, da müssen wir gleich noch hin. Da haben wir jetzt drei Disks. Das ist einmal die Datenplatte, eine Auslagerungsdateiplatte und eine Platte für das EFI, für die EFI-Information. Und darauf haben wir installiert ein Windows 10. Der ist jetzt gerade nicht gestartet. Diesen Windows 10 kannst du hier natürlich migrieren, weil dieser NFS-Store, den wir hier sehen, exakt auf dem gleichen Host liegt, wo es gerade läuft. Also dieser NFS-Base-Host ist erreichbar hier. Da geht es über localhost. Also das wird gar nicht über das Interface geroutet. Und das hier ist wirklich über Kabel angebunden. Da haben wir einfach zweimal ein Gigabit genommen. Das kannst du hier sehen. Da haben wir also einmal hier die Formel bei 0. Das ist normal. Das ist die Schnittstelle zu den Anwendern. Da brauchen wir nicht so viel Power. Und der Bond 0 besteht hier in dem Fall aus zwei Netzwerkkarten. Eine on-board, eine extern. Und bei dem zweiten, bei dem Microserver, der hat ja vier Interfaces. Dann haben wir hier einen Bond 0. Der basiert auf drei Interfaces. Also der kann mit bis zu drei Gigabit ran. Erkläre ich auch gleich, warum das so ist. So, okay, hallo zusammen, schreibt der, genau, moin, moin, sagt der Markus gerade noch hier. Und der Silverserver auch, hallo zusammen. Das heißt, in meine Richtung Anwender habe ich ein Gigabit. In Richtung Storage habe ich drei Gigabit. Oder vermutlich, wenn ich auf dem PVE1 bin, auch mehr. Weil wir da nicht ans Interface gebunden sind. Also wenn du dich selber mit dir per Netzwerk verbindest, dann geht das nicht fürs Interface. Jetzt hast du keine Interface-Limitierung, sondern das ist das, was das I.O. hergibt letztendlich. Das werden wir dann gleich sehen. Wie fühlt sich das Ganze an? Wir können jetzt einfach mal hergehen und können mal so eine virtuelle Maschine einfach mal starten. So ein Windows. Und hier wirst du auch sehen, ich habe die schon ein paar Mal an und ausgeschaltet, dass eventuell schon der ZFS-ARC-Cache hier schon ein bisschen was bringt. Und so eine virtuelle Maschine tatsächlich jetzt gleich mal hochfährt. Mal gucken, ob das hier, ja, da sieht man schon, dass sich die Platten drehen und dass die Kiste schon da ist. Ja, das bockt denn überhaupt nicht. Und vor allem, wenn du den jetzt nochmal runterfährst, das kannst du jetzt beliebig oft machen, da passiert hier gar nicht viel auf den Platten. Das sieht man hier, die Ringe, ja, da tut sich nichts. Und wenn ich jetzt wieder einschalte, dann kann man hier mal gucken, wann das losgeht. Jetzt geht's los. Ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi und das Ding ist oben. Also das schon mal ganz ordentlich. Das wäre jetzt die Variante lokal. Per NFS. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Konfiguration zu der Geschichte an. Das haben wir hier. Gehen wir mal gucken hier, das sind 9,90. Da sehen wir mal, wo was ist. Also das Dataset, was ihr als Local kennt, ist tatsächlich das Betriebssystem-Dataset. Nämlich das hier, das solltet ihr mal auf jeden Fall die Finger davon lassen. Also wenn ihr hier was reinlegt, das, was ihr hier seht, an 7 GB, das ist wirklich primär, ist das, ist das, dass meine ISO-Stick hochgeladen habe. Zum RAID vielleicht noch mal ganz kurz. Das ist ein RAID Z1, also ein RAID 5 mit vier SSDs. Ganz praktisch, weil hier ist jede Partition ZFS, das heißt Partition 1 ist bootfähig mit BIOS oder mit EFI. Auch schön. Wir haben hier diese NFS-Base und das ist, wenn ihr euch das mal anguckt hier, die NFS-Base habe ich freigegeben mit dem Befehl ShareNFS und natürlich NFS-Server installiert vorher, NF-Upt-Install-NFS-Kernel-Server und dann siehst du, dass da einfach ein Wert ist ON. Damit bin ich noch nicht ganz glücklich. Da müssen wir gleich nochmal ran, weil natürlich hier jeder Anwender auf diese NFS-Freigabe drauf könnte. Da liegt jetzt aktuell unsere virtuelle Maschine drin, also wenn ich jetzt hier mal reinschaue, die anderen dabei, die ignoriert er bitte mal, dann siehst du hier Images und dann hier die 200 ist meine Windows-Maschine und hier liegen die drei Disks. Was natürlich schon mal uns dazu bringt, wenn du Disks anlegst mit so einer NFS-Freigabe, solltest du vielleicht sinnvollerweise für jede Disk ein Dataset machen, weil du es ja nur zusammen zurückrollen kannst. Wichtig an der Stelle. So, mal gucken, ob wir schon Fragen haben dazu. Hubert schreibt Servus. Ja, dann sage ich auch mal Servus. Geht weiter. Also das heißt, wir haben hier drei Disks drin, würde ich die zurückrollen, sind die alle auf ein gleiches Datum zurückgerollt. Das kann man, wenn du das Betriebssystem zurückrollst, würdest du auch Daten zurückrollen. Das musst du Maschine für Maschine entscheiden, ob du alle in eins packst oder getrennt. Bringt ja nichts, wenn du irgendwie auf der einen Platte die Daten hast, auf der anderen die Datenbank, dann musst du beides zusammen zurückrollen. Wenn es nur um Windows-Updates geht, willst du vielleicht durch das Betriebssystem zurückrollen. Da kann ich aber auch zur Not ein bisschen mit Klonen behelfen, wenn man das vergessen hat und nicht richtig gemacht hat. Na schön. Also so viel dazu. Würde ich jetzt eine weitere Maschine anlegen, hätte ich das Problem, dass die auch hier drin landen würde und es macht keinen Sinn, dass jetzt hier noch eine, was weiß ich hier, Touch, simuliere das mal, VM201 Disk 1.raw, ja, das würde keinen Sinn machen, weil dann würde ich die genauso mit zurückrollen, da gehört wirklich nur, gut, die würde dann auch hier, die würde natürlich nicht in dem Ordner liegen, sondern die würde natürlich hier liegen im Ordner 201, ja, und too many, also ja genau, die würde hier liegen natürlich und das wäre natürlich kontraproduktiv, wenn du das hierher legen würdest, ne, und da sortiert sich das auch schön übrigens zusammen hier im Proxmox, im Datastore, findest du die dann alle hier in diesem NFS-Base, also das ist für mich erstmal ein Übergangsort, um zum Beispiel virtuelle Maschinen zu migrieren, wenn ich die jetzt mit VMware Converter konvertieren würde, würde ich jetzt diese NFS-Base in mein V-Center reinhängen, VMDK rüber, dann habe ich sie auf dem Proxmox und dem ZFS, ganz einfach, das ist ein NFS-Server, spannender wird es nicht, also hier sieht man das jetzt auch schön, die hat da nichts zu suchen, ich remove die jetzt gleich mal, permission denied, weil ich es jetzt blöderweise als root angelegt habe, na schön, okay, also weg damit, die kommt jetzt wieder weg, die hat da nichts zu suchen, Vorteil allerdings ist jetzt natürlich, wenn du jetzt, ich halte mal die virtuelle Maschine noch mal kurz an, nur ein bisschen zu verstehen zwischen Dataset und dem ganzen Kram, wenn du jetzt natürlich das Ding runtergefahren hast und machst jetzt hier mal ein Snapshot, einen automatischen, ich mache das jetzt gerade mal, dann hast du hier natürlich deine Dateien, ja, löscht die jetzt mal alle und würde jetzt hier dann hergehen und würde das jetzt wieder zurückrollen, wir können das auch mal gerne über die hübsche GUI machen, die wir uns extra dafür installiert haben, das ist die 990, Port 9090, auch hier für diese Cockpit-Overfläche, die Anleitung findet ihr bei nespiri.de zum Beispiel, da müsst ihr nur hier bei Proxmox mit den Debian Backports arbeiten, nicht mit den eingebauten, nicht mit den eingebauten Repositories, soviel dazu, so, lass mal gucken, wann der sich einloggt, kommt, ungewöhnliche Zeit, schreibt hier noch der Stefan, ja, ich habe heute noch was vor, genau, du könntest auch einen Klon aus dem Snapshot erzeugen, natürlich, aber du musst es ja irgendwann mal konsolidieren, irgendwann mal kommt der Moment der Wahrheit und dann ist es vorbei. Also wir haben jetzt hier zu einer ungewöhnlichen Zeitkarten Snapshot gemacht, und zwar von dem Dataset NFS Base, und das sieht man, die laufen nämlich immer um 17 nach normalerweise und um Punkt Zeit und jetzt wird man hier ein Auerli sehen, das war jetzt okay, auch jetzt kommt gleich noch ein Auerli, super, also der Auerli wäre normal 17.17, der wird jetzt auch gleich da sein und ich habe ein Auerli gemacht um 15.15, also der ist nicht normal von der Uhrzeit her, da wird jetzt im Moment noch ein neuer gemacht worden sein, ich versuche es mal Roll zu backen, back zu rollen und würde jetzt hier, ah ja genau, da war ja das mit der Auflösung hier, so, destroy all newer snapshots of file system, roll back, und auch da musst du höllisch aufpassen, wenn du hier mit so einer GUI arbeitest, weil du weißt tatsächlich nicht, ob der den rekursiv macht oder nicht, also wenn du da Datasets drunter hast, ist das vielleicht eine ganz, ganz dumme Idee, wir gucken mal, was er wirklich gemacht hat, im Moment ist es nicht kritisch, und jetzt wäre meine Erwartungshaltung, dass guckt meine VMs wieder da sind, die gerade eben weg waren, also die VMs sind wieder hergestellt, ich kann die auch nochmal löschen, damit es eben jetzt auch glaubt, ja, und kann jetzt hier nochmal bei den Snapshots nochmal zurückrollen, wichtig ist hier natürlich immer das richtige Dataset zu nehmen, das wäre jetzt hier der Hourly um 15.15, rollback snapshot, und gucken, das ist ein bisschen, wenn es Browser kleiner machen, rollback, wenn es jetzt blöd gelaufen ist, ihr seht, da komme ich nämlich gleich dazu, das noch unter Datasets, wenn es richtig blöd läuft, habt ihr die jetzt mit zurückgerollt, hat eine GUI gemacht, GUI immer schwierig, deswegen gucken, was das Ding macht, einmal testen, vielleicht mit der unauffälligen, Rollback minus R dürfte bedeuten, nur das Dataset NFS Base, großes R wäre eventuell nach unten gegangen, kleiner Unterschied, dann wären nämlich alle VMs unten drunter weg gewesen, und jetzt komme ich auch genau zum Punkt, ich möchte natürlich alle Datasets individuell im Rückrollbar haben, und genau dafür lege ich jetzt für diese Maschine ein neues Dataset an, Entschuldigung, und also man sieht auch hier, ich habe ja schon Mods getestet, hier 14 Gigabyte hinbelegt, 43 sind hier aktuell verbraten, ja, und jetzt würde ich sagen, pass auf, ich gehe nach dem Modell hier, ZFS Create, und in dem Fall würde ich sagen, ich hätte ganz gerne, ich halte mich an diese Konvention mit der Null, aber ich möchte ganz gerne alle in ein Dataset haben, auch um es jetzt schneller zu erledigen, das ist die VM, würde jetzt also hierhin den, das Dataset hier erzeugen, und hätte ganz gerne jetzt meine virtuelle Maschine von hier nach hier, so, das könnte ich jetzt mit Clones machen, mit ZFS senden, das weiß ich alles, macht aber keinen Sinn, deswegen guck, jetzt muss ich auch irgendwie darauf zugreifen, ich möchte ja per NFS zugreifen, deswegen schaue ich mir jetzt mal hier die Werte an, ZFS get mit Share NFS von diesem hier, und hier ist Share NFS on, inherited von NFS base, also hat die Einstellung von oben vererbt, dass der Ort, der freigegeben ist, funktioniert das auch? Spannende Frage, finden wir es raus, und da gibt es nämlich Show Mount, das Tool für NFS, minus minus exports, export, exports, und dann siehst du, dass die 200 tatsächlich freigegeben ist, das funktioniert, und das Gemeine an der ganzen Geschichte ist, bei Freenas funktioniert es nicht, also bei Freenas kannst du nämlich auch dir diese ganze Gui-Scheiß nämlich sparen, wenn du ganz viele NFS-Freigaben machen möchtest, nimmst du vielleicht einfach das. So, Kommentare, immer eine ungewohne Zeit, jawohl, macht nichts, Pech gehabt, gibt ja eine Aufzeichnung. Jetzt würde ich ganz gerne die Freigabe hier reinnehmen in den Cluster und dann nochmal schützen. Ich würde jetzt also hier sagen, ich mache eine neue Storage, ich habe hier schon mal so eine Vorlage gemacht, hier sieht man das auch schön, da kann ich mir den Namen schon mal konvertieren, die IP-Adresse notiere ich mir, 1622 ist da das Subnetz, sage jetzt hier NFS, NFS, genau, gebe dem Ding einen Namen, einen sinnvollen, und sage jetzt hier 172.16.22.2, Export wäre hier in der Liste zu sehen, genau, dann hat das funktioniert, wenn es hier auftaucht und das ist für Disk Images in dem Fall, das ist korrekt, hier könnt ihr auch überlegen, wo ich NFS-Version 3, 4 mache, ich lasse das jetzt mal alles auf Default und auch meine Berechtigungen müssten eigentlich passen, wenn ich mich nicht täusche, das werden wir ja gleich sehen. soll für alle Nodes zur Verfügung stehen, weil ist ja mit Zahn angebunden, soll an sein. So, geht nicht, weil, Permission denied. So, ganz blöd, musst du hergehen, das hat er leider nicht vererbt, chmod, und dazu sage ich gleich noch was, chmod, 7, 6, 6, 6 müsste reichen, nach rpool, data, NFS, base, inklusive Unterordner, das kann man auch im Betrieb machen, und dann sollte jetzt die Anlage hier funktionieren von dem Rate gleich. Lass gucken. Ah, schön, gnädigerweise ist es noch offen, ich probiere es jetzt gerade nochmal und sage hier nochmal, na, da war es doch 7,7, was ich machen musste. Also, das ist sicherheitstechnisch natürlich nicht gewollt und natürlich umso, jetzt hat er das irgendwie, jetzt hat er das irgendwie, das muss ich jetzt neu machen. So, nochmal NFS, wo sind wir hier, da sind wir, Name, und jetzt 72, 16, 22, 2, den Export nochmal auswählen. So, Add. Jetzt hat er das gemacht, weil, er prüft natürlich auch sofort, wenn du jetzt hier in den Ordner reingehst, prüft er, ob das geht, wenn er mir hier diesen Images-Ordner anlegt, weil es der Typ Images ist. 7,7,7 ist scheiße und wir hatten ja schon geguckt, hier mit dem Showmount, minus, minus, Exports, dass hier jeder zugreifen kann. Damit könnte ich nämlich auch, und das wäre eine absolute Katastrophe, nämlich auch als Anwender, einfach mit NFS, hier aus dem Netz, also ich bin jetzt mal ein böser Anwender, ja, böser Anwender und gehe jetzt mal hier auf die 99. Ich weiß ja, vermutlich würde er mir da nichts anbieten, aber ich auch, ich könnte jetzt diesen, ich könnte jetzt auch diesen, diesen Trick machen und könnte jetzt hier dieses Showmount Exports machen und könnte mich jetzt also hier theoretisch drauf verbinden, nfs.doppelslash 99 müsste auch stimmen, lustigerweise funktioniert es nicht, aber müsste eigentlich funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum es nicht funktioniert gerade, aber wer glaubt mir, das funktioniert, dann könnte dir jeder Anwender seine virtuellen Maschinen machen. So, jetzt willst du das irgendwie absichern, ich will nichts mit Passwort machen. Miner Security ist also hier die Verkabelung, die sind in einem Raum, die sind abgeschlossen, die sind direkt verkabelt, hier mit 2 mal 1 Gigabit und dementsprechend möchte ich es jetzt gleich mal absichern. So, packe ich nochmal später schauen, schade, es ist live am schönsten, schreibt der Kunde, der das bald kriegt. Sehr schön, kann schon mal bei heute nicht helfen leider, muss ich machen, wie mir das taugt hier. Deswegen ZFS ShareNFS Subnet mal googeln, zum Beispiel und jetzt kannst du mal gucken, wie da die Syntax ist und zwar, schau dir das mal hier an. Wir brauchen tatsächlich jetzt nur ein Netz und das geht so, 172, 16, 22, das ist unser Netz, das ist 24 und jetzt sage ich hier rpool, data, NFS, base und habe mich vertan, weil hier noch der Hochkomma fehlt. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert und jetzt gucken wir uns den Show Mode nochmal an mit den Exports und sehen jetzt, dass nur noch für das Zahnnetz alles freigegeben ist und damit haben wir mit der Verkabelung und dem Schlüssel an der Wand ausreichend Sicherheit für dieses NFS Netz und hoffen, dass das jetzt mal funktioniert. Ich würde jetzt diese virtuelle Maschine nochmal hier starten, dann sehen wir mal, ob die Zugriffe noch gegeben sind. Irgendwas tut sich auf jeden Fall schon und die Kiste fährt wunderbar hoch und fallen fährt sich wunderbar schnell hoch, weil der ganze Kram schon im Cache ist. So stelle ich mir das vor. Haben wir Fragen dazu? Host Doppelpunkt slash share. Aha, habe ich das nie gemacht vorhin? Schreibt der Flow. Ich habe einen Doppelpunkt vergessen. Host Doppelpunkt. Ist das nicht nur bei NFS gewesen? Bei SSH gewesen? Host Doppelpunkt. Ja, du hast natürlich recht. Dann sollte das jetzt aber trotzdem nicht funktionieren. Können wir mal den Gegentest machen. Ja, also der lässt mich hier nicht rein, auf jeden Fall. Und so war es ja auch gedacht. Also damit haben wir nach dem Thema Security für das NFS erst mal Genüge geleistet und jetzt gucken wir uns das mal an, was da passiert. Ich würde jetzt als allererstes mal zeigen, wie ich diese Maschine im Betrieb hier rüber migrieren werde. Und zwar habe ich schon alles konfiguriert. Genau, was habe ich noch getan? Ich habe ein Cluster gebaut, das haben wir schon in der vorigen Folge gesehen. Ich habe hier dank dem Tipp heute vom, scheiße, wie heißt der, vom Colt-Dings da, Namen vergessen, Schande, weil mein Haupt, da fällt mir gleich wieder ein, Marco, der hat mir noch mal kurz die Ecke hier gezeigt. Und zwar, wenn ihr auf Data sind, da gibt es nämlich hier Options. Und da habe ich nämlich gesagt, hier Migration Setting, bitte migrieren über dieses Subnetz hier, über das SAN-Subnetz. Und dann sehe ich nämlich auch hier, Iftop, der Bond 0, das sind die zwei bis drei Netzwerkkarten. Das ist mein SAN-Betrieb. Und da wirst du jetzt sehen, wenn ich jetzt die virtuelle Maschine zum Beispiel runterfahre und starte, dass hier nichts passiert. Hier passiert überhaupt nichts. Aber hier sollte was passieren, weil es ist definitiv die gleiche Kiste, auch wenn ich das einsatzweise anschalte, passiert hier erst mal gar nichts an der Stelle. Das liegt einfach daran, dass lokalen Interface nicht über die Interface geroutet werden und er seine Arbeit wunderbar hier drüber macht und jetzt quasi nicht das Ganze darüber. Also es geht auch nicht über Vmware 0. So, SAN-Betrieb NFS läuft aber genau über dieses Interface. Genau da drüber habe ich das gemounted. Da ist die zwei. Aber wenn ich jetzt hergehe und migriere, das ist auf den zweiten Node hier, was ja von so einem Shared Storage mal der Witz ist, dann wirst du hier sehen, dass der jetzt hier gleich mal, oder auch nicht, Migration Problems. Ui, maximal 4 vor 8. Ja, ich habe die CPUs zu hoch gemacht. Da wollte ich ja erst nachher hin. Ich Idiot. Also, nochmal runter, Shutdown und nochmal hier die CPUs angepasst. Das kannst du, wenn du rumschiebst, musst du hier nicht was angeben, was identisch ist. Das muss kompatibel sein. Sonst kannst du so Spacer nicht machen. So, auf. Merkt ihr, dass das vorbei ist? Es ist vorbei. Jawohl. Start. Die Kiste fährt hoch. Und wenn die jetzt hochgefahren ist, dann schieben wir die gleich nochmal. Guck mal, wie schnell das geht. Also, genau das passiert, wenn du halt viel ARC-Cache hast oder Cache-SSDs hast, dann fährt dir so eine Kiste dann einfach mal super flott hoch und dann macht das auch Spaß. Und wir reden hier von wirklich keinen monster-teuren Kisten. So ein super schlankes Setup für kleines Geld. Und jetzt migrieren wir die Kiste per NFS. Also, per NFS migrieren, Kiste ausgeschaltet, eine Sekunde. Er verlinkt ja nur neu. Kiste angeschaltet. Muss er natürlich auch noch den RAM mit rübernehmen. Und das macht er. Und dann rumhängen das Ganze. Und genau das macht er hier. Und jetzt sehen wir hier 1,38 Gigabyte. Das heißt also, mein 2 Gigabyte hier wird er gerecht. Und er muss jetzt quasi die 4 Gigabyte RAM darüber schieben. Das macht er nicht jetzt mit voller Geschwindigkeit, sondern halt mit einer, keine Ahnung, woran er sich da richtet. Jetzt ist die Kiste fertig und läuft auf dem kleinen HP-Micro-Server. Ja, so. Jetzt habe ich das Ding immer noch im falschen Dataset drin und werde den Teufel tun und diese Konvertierung jetzt auf dem kleinen Micro-Server machen. Deswegen schiebe ich das jetzt noch mal, migriere ich das noch mal rüber. Und da könnt ihr euch auch mal wirklich jetzt mal angucken, was da jetzt links auf der linken Seite passiert. Und ich kann hier also ganz normal weiterarbeiten, kann hier einfach Dinge tun. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt schneller, wenn ich das mache. Ja, also hier, das läuft hier definitiv 1,5 Gigabit. Siehst du hier. Läuft das rüber und nach ein paar Sekunden, wie ihr gesehen habt, ist dann die Kiste fertig migriert, klingt sich hier oben wieder ein. Und wenn ihr das cool gemacht habt, so wie ich, dann kannst du damit arbeiten. Das kannst du auch mal unter dem Tag machen. Wenn du irgendwie merkst, oh, der Thermal-Server, der ist auf der Kiste, aber uiuiui, zu viel Load, schiebst du den auf die Kiste, die weniger zu tun hat. Feine Sache auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir das noch auf dem dedizierten, oder auf dem gemeinsamen Store, nämlich hier NFS Base, zwei Disks, drei Disks genau genommen. und die ziehen wir jetzt alle mal um. Erstmal die kleine, Move Disk, und schiebe die jetzt mal, gut, die EFI Disk oder die Swap Disk, die Swap Disk wiederum, die könnte ich auf dem Datastore passen, auf den ich keine Snapshots mache, könnte ich auf dem dritten Datastore machen. So ist es eigentlich gedacht. Ich würde mal sagen, die vergessen wir einfach mal komplett, die brauche ich nicht mehr. Wir brauchen nur die EFI Disk im Moment und die andere, dann sage ich hier Move Disk. Schiebe das jetzt auf den dedizierten Datastore und zwar bitte immer im RAW Format und delete die Source. Da komme ich auch nochmal gleich dazu, was das bedeutet und jetzt passieren hier natürlich Sachen, vor allem passieren hier Sachen. Lustigerweise auf dem Lüfter hier geht es voll ab. Wenn ihr die Chance habt, so etwas zu machen, macht das bitte nicht, also wenn es geht, macht es nicht in Betrieb. Das Ding funktioniert noch, aber es sieht hier, guck mal, ein Gigabyte pro Sekunde, also mehr schafft er eh nicht. Das gibt das System hierher, jetzt ist er fertig. Jetzt ist es auf dem dedizierten Datastore und gelöscht. Was hat es zu bedeuten und was sagen unsere Zuschauer dazu? Bei Befehlen eine Sekunde länger und ich versuche Shownotes für dich. Oh, sehr gut. Das Setup ist nett, aber du bist ja vom Storage Host abhängig. Cluster Replication wäre eventuell besser, schreibt der Flo. Ja, ist aber nicht praktikabel. Ich meine, du musst immer ein bisschen sehen, für wen das ist. Die Replikate wandern einfach auf die alten, es gibt etliche alte Hosts, wir ziehen die alle hier drauf um, die laufen alle hier drauf, fliegt der wirklich mal weg, haben alle alten Hosts die Replikate, die sie vorher produktiv hatten und der Fall wird vermutlich nie eintreten. Also das ist 10-Mann-Laden, 20-Mann-Laden, das steht in keinem Verhältnis. Das muss simple keep it, simple and stupid. Ja, Clusterzeug ist cool, aber das ist unser Weg hier, den wir hier gehen und das muss auch von der Einrichtung, von der Pflege und von der Fehlersuche alles zusammenpassen, im Verhältnis stehen. Aber klar, kannst du gerne, wenn du das erklären kannst, erklär es uns mal, gar kein Thema, ich kann das nicht. So, genau, das hatten wir gerade gehabt und Setup schreibt mir übrigens, also haben wir schon gehabt, genau, irgendwas hat er hier, Befehle, genau, das haben wir, sehr gut. Jetzt geht es weiter. Was hat es jetzt letztendlich bewirkt? Also wir haben im Endeffekt haben wir die Daten von hier, hier waren die drin gewesen, ne Quatschuldigung, das ist ja Schwachsinn, von hier nach, ich muss mein Bild wieder nach oben packen, von hier nach hier verschoben. Das heißt jetzt, hier ist leer, aber hier sind trotzdem 50 Gigabyte verblasen. Und jetzt müsste man mal im Prinzip hergehen, jetzt muss ich mir mal aus dem Evernote, habe ich mal Evernote hier drauf, mal ganz kurz hier unser Löschskript holen und würde jetzt mal alle Snapshots löschen aus dem einen Dataset, wo das drin war, weil ich muss den Platz jetzt freischaufen, also ich muss ihn jetzt nicht freischaufen, ich möchte ihn freischaufen, aber sei mir sicher, wenn du da begrenzte Ressourcen hast, du hast die Maschine beispielsweise erstmal als VMDK und das ist eigentlich ganz nett, weil du kannst natürlich nach Haken sagen, hier ist als VMDK migrierst du mir hier rein, als VMDK migrierst du hier oben rein und verschiebt das dann hier in das dedizierte Dataset und bei der Gelegenheit konvertiere ich das gleich in das entsprechende RAW-Format oder von mir aus auch ins KUKAU-Format, da hat jeder seine Präferenzen, ich mache es mit RAW, es funktioniert für mich perfekt, ich kann RAW per Eisgassi freigeben, ich habe keine Einschränkungen, was das angeht, so, dann habe ich hier mein Snapshot-Lösch-Skript, das funktioniert so, so funktioniert das nicht, das funktioniert so nicht, das funktioniert so, hier schreibe ich jetzt mein Dataset rein, in dem Fall wäre das jetzt NFS-Base, aber Vorsicht, da würde er mir auch alle Snapshots auflisten, die unterhalb sind, deswegen mache ich jetzt NFS-Base, das wäre mit Unterdinger oder nur die Unterdinger, aber das hier wäre jetzt hier richtig und würde mir jetzt hier mal so ein Snapshot-Delete-Skript erzeugen lassen, hier im Affenandi und also ich könnte jetzt hier, ich kann das jetzt auch mal machen, nur mal, dass man es mal sieht, ich könnte jetzt hier tatsächlich in den Ordner hier reingehen, ja, da ist nichts mehr drin, du-h, ja, guckt so, da ist noch was Altes drin, aber hier unter 200 ist nichts mehr drin, und wenn ich jetzt quasi nach .zfs gehe, sehe ich den Snapshot, obwohl ich es hier gelöscht habe, und das ist auch der große Unterschied zu Z-Vols, wenn du die destroyst, sind sie weg, hier kannst du noch was retten, und jetzt kannst du wieder Images 200 gehen, hier sind deine Festplatten, die sind noch da, die sind noch so lange da, wie es hier Snapshots gibt, und ich habe es jetzt schon hier, ja, also muss ich es hier daraus haben, die Historie brauche ich nicht, also mache ich mal ein Lösch-Skript, gucke mir das an, sehe, aha, er macht mir also nur die NFS-Base, und führe das jetzt mal aus, und der löscht mir jetzt mal ganz brav alle meine Snapshots, und wie ihr seht, habe ich jetzt eine NFS-Base, nur noch das Zeug drin, da sind noch zwei weitere drin, die lösche ich jetzt auch gerade mal raus, und zwar hier diese, diese kleine Testmaschine, die würde ich jetzt gerade mal, die würde ich jetzt gerade mal löschen, Purge heißt also, hau die Platte weg, auch die wäre noch so lange da, auch die wäre jetzt noch so lange da, bis du den, aber guck, hier ist jetzt tatsächlich alles gelöscht, aber es gibt hier wohl noch Snapshots, guck, gucken wir nochmal, wir machen ein neues Skript, wir führen das Skript nochmal aus, und jetzt schauen wir nochmal, okay, nee, also es passt jetzt, Entschuldigung, das was wir hier sehen, sind die beiden hier, ja, das sind die beiden hier, aber wenn, wenn du die, deswegen waren es 50 vorhin gewesen, mit den, ja, das ist blöd, mit dem Unterverzeichnung, also hier zählt das, plus Snapshots, plus die unteren, also du müsstest hier mal genau reingucken, mit den Parametern, das kann ich auch nochmal ganz kurz zeigen, ZFS get all, und da würdest du genau sehen, was es wirklich belegt, und guck, hier steht nämlich alles drin, hier steht nämlich drin, wie viel belegt das, 3,29, wie ist der Kompressionsfaktor, wie ist die Record Size, wenn ihr da mit Datenbank macht, könntet ihr auch hier, zum Beispiel mit 4K rangehen, der 8K, und könntet auch das NTFS in eurer virtuellen Maschine auf kleine Blöcke machen, dann hast du hier den Mountpoint, wo das hingehört, hier auf welches Subnetz das freigegeben ist, und da gibt es halt irgendwas mit den Untergedöns, hier, Use by Children, deswegen zählt sich das zusammen, aber in dem Fall, wenn ich wissen möchte, ob der Platz freigegeben ist, interessiert mich das da oben, also ohne die Children, da steht alles drin, das ist das, was wirklich belegt, das ist das, was er mitunter Dinge hat, und so weiter, ist alles wunderbar hier in den Parametern drin, und jetzt habe ich tatsächlich ein dediziertes Dataset für den Windows 10, und kann den quasi jederzeit, man sieht es auch jetzt hier schön, hier gibt es auch die Unused Disk, gut, das war die von vorhin, die können wir auch löschen, so, weg damit, und die ist jetzt hier auf dem dedizierten Dataset, VM200 Disk 0, minus NFS, damit man, und da liegt es im Unterordner 200, und da liegt es mit dem Namen hier, wenn das eine .raw-Datei ist, dann haben wir entweder hier einen Typ Directory Datastore, oder eine NFS-Freigabe, oder eine Samba-Freigabe, haben auch schon Leute gemacht, und das ist schon ziemlich lustig. So, die ZFS-Replikate hast du ja auf beiden Nodes, mehrere Nodes später, genau das mache ich vielleicht gleich doch, und von der Pflege ist es auch einfacher, da du keinen eigenen Datastore für NFS anlegen musst, ist wie gesagt, das ist meine Lösung, ich mag die sehr, wenn du eine coole Lösung hast, lieber Flo, zeig die uns, zeig sie mir, ich stelle die gerne vor, ich mache ja genau das, ich mache ja das genau hier, damit ich lerne, dass ich Bestätigung bekomme, dass ich Vorschläge, Input bekomme, dass meine Kunden eine bessere Lösung bekommen, dafür machen wir das hier, und weil es mir auch Schweinespaß macht. So, was kann das? Also wir wissen, wir haben es letztes Mal schon geschaut, das Ding ist für ca. 700, 6 Gigabit, 700 Megabyte pro Sekunde, pro Sekunde zu brauchen, und das können wir jetzt auf verschiedenste Art testen, und dafür habe ich hier zum Beispiel mal das Tool BST5. Ich habe das schon mal ein paar Mal vorgestellt, BST5 und Grapevine wäre hier der Suchbegriff, ich mache hier mal ein Setpool IOSTat, dass man mal sieht, was hier abgeht, ich mache nochmal mit minus V, dann sieht man das, was pro Blatt abgeht, und uns interessiert eigentlich der Wert hier oben, hier read, write, hier in der obersten jeweils, was da abgeht. Hier kannst du jetzt, hier kannst du jetzt, ich versuche das mal größer zu machen, indem ich das mal hier aufpoppen lasse, und hier mal auf Vollbild gehe, und das auch nochmal auf Vollbild nehmen, nee, das kann ja nicht. Ja doch, das macht er, das macht er, dann kann ich mich hier mal hin und her sprengen. Was du hier machst in dem Tool, ist, du suchst dir eine Platte raus, was natürlich super ist, wenn du dir eine dedizierte Swap-Platte gemacht hast, wie ich dir schon mal gezeigt habe, die auf dem Dataset liegt, das nicht versioniert wird, dann kannst du da testen, ohne dass du später Snapshots löschen musst. Wenn wir das jetzt machen, muss ich Snapshots löschen. Jeglichen Müll, den ich hier beim Testen produziere, den schleppe ich monatelang mit, das wollen wir nicht. Deswegen hier, Block-Size, teste ich mit 2 MB und mache einen Quick-Test. Das ist realistisch für Datendurchsatz. Das mache ich jetzt mal. Jetzt legt er los. Aha, also sehr plausible Werte. Und hier siehst du 680 MB und das ist einer der wenigen Tests, die hier ungefähr das gleiche in und außen anzeigt. Alle anderen Benchmarks, also das ist ein sehr realistischer Benchmark, den hat mir damals OpenE der Chef empfohlen. Also das ist exakt das, was ich erwarte und das ist ein super Best-Ergebnis, was geht. Jetzt gehen wir her und ziehen das Ding um. Jetzt ziehen wir die Kiste um auf unseren zweiten Node, der ja nur mit 2 GB dranhängt. Wir erinnern uns, hier hängt er zwar mit NFS dran, aber SAS 7 GB. Jetzt ziehen wir das Ding um und wie gesagt, wir können während er umzieht ganz normal hier arbeiten. Der Storage ändert sich nicht, nur der Computer, der zugreift. Und jetzt sind wir nur noch mit 2 Gigabit verbunden. Guck mal, und er macht mir, das ist halt geil, er macht mir jetzt sofort eine neue Session auf, auf den neuen Computer. Ich weiß, er ist fertig und kann jetzt quasi hergehen und kann gleich nochmal testen. Und ich mache dasselbe jetzt nochmal und gucke mir jetzt mal den Z-Pool IOS-Dat an auf der Quellkiste. Jetzt haben wir hier nur noch 162 MB. Wir erinnern uns, 2 Gigabit, das wären ungefähr, das wären ungefähr 240 MB pro Sekunde. Also hier habe ich Verlust. Da wäre mal interessant, wo das herkommt. So, was ist denn eigentlich hier die ganze Zeit, was schneiden hier runter die ganze Zeit? Interessant. Egal. Also, das hat jetzt funktioniert mit dem Rüberziehen. Also 1,5 Gigabit hat er jetzt rübergezogen. Also auf jeden Fall mehr wie 1 Gigabit. Das heißt, mein Round-Robin funktioniert erst mal. Ich habe da sehr wenig Erfahrung leider. Und mache jetzt noch mal denselben Benchmark und gucke mal, was auf dem Rate los ist. Also 1,5 Gigabit mehr ist nicht. Ich bekomme keine 2 Gigabit hin. Da wäre nämlich hier so 220, 240. Also wenn jemand weiß, warum ich das nicht bekomme, wäre ich sehr interessiert über Optimierung von dem Round-Robin. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Konfiguration. Man könnte jetzt hier noch mit Jumbo-Frames arbeiten und so Zeug wäre auch noch eine Option. Da muss aber dann auch später der Switch mitspielen. Im Moment bin ich direkt verkabelt mit 2. So. Und jetzt hätte ich hier im Angebot nochmal den Benchmark. Allerdings gucken wir uns jetzt hier nicht mal den Z-Pull an, sondern hier gucken wir uns jetzt mal den Bond 0 an. Den kannst du mir auf beiden Servern angucken, beliebig. Weil ja der eine Sender der andere empfängt. Das ist jetzt also hier die Quellseite der NFS-Server dieser Maschine. Auch hier mache ich den Datendurchsatz-Test nochmal und komme hier auf Ebenwands 1,7 Gigabit gewesen. Also so schlecht ist das nicht. Und vor allem kommt es ja bei SSDs ja auf die Agilität an. Und das ist, weiß Gott, nicht langsam hier, was da gerade passiert. Natürlich kann man das auch mit kleineren Paketen machen. Und da kommt jetzt hier zum Beispiel jetzt hier mal mit 128 Kilobyte, was natürlich sehr klein ist. Dann kannst du hier mal gucken, geht hier natürlich wesentlich weniger durch. Ja, 200 Megabit hier für kleine Pakete. Und das kannst du an allen Ecken mit Blockgrößen und asynchronen Syncs und alles noch optimieren. Da gibt es ganz viele Anleitungen im Internet dazu. Keine Kommentare. Dann, wenn Fragen sind, einfach reingrätschen. Jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt haben wir das Ding hier drauf und jetzt will ich euch mal sehen, wie bootet das. Weil jetzt sind wir ja auf dem, jetzt sind wir ja auf dem, jetzt sind wir ja auf dem kleinen Server hier. Der ist mit NFS angebunden. Ich kann das mal eventuell mal versuchen zu zeigen, ohne dass ich mir die Kabel abreiße. Der hat nämlich Gummifüße und da vorne ist der Stromschalter. Was soll schon schief gehen? Oh, jawohl. Guck, da ist er. Und stehe auf dem Kabel. Verdammt. So, wo ist der Stromschalter? Ne, da ist er nicht. Hier nochmal die ganzen Kabel nach hinten. Also was wir hier sehen, ist einmal das LAN-Kabel und zweimal SAN. Die habe ich jetzt direkt hier verkabelt. Und damit werden wir jetzt mal schlichtweg greifen den Computer einmal neu starten. Da fehlt mir ein bisschen Auflösung. Okay, dann fahren wir einfach herunter. Zack. Ich hatte ihn nämlich vorhin im Vollbild gehabt. Dann hat er mir den Überspringer hier gemacht und werden dann die, also genau, da sind wir noch hier auf der kleinen Kiste. Voll gut. Und schalten ihn jetzt aus und starten wir ihn über NFS. Also er kann nur über das Netzwerkkabel. Und da wirst du auch sehen, da passiert nicht viel auf den Platten. Er rödelt ein bisschen. Und was er jetzt natürlich nicht mehr hat, ist der AEC-Cache von dem anderen beziehungsweise auch der KVM-Cache. Der Cache natürlich auch Dinge. Aber auch das hier ist eine super Startzeit. Also das hat überhaupt nichts mit langsam zu tun. Und wenn wir schon so bei langsam und co. sind, dann gucken wir uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer an, was das Ding bringt. Also wir haben es hier zu tun. Wir haben es hier zu tun. Haben wir noch Kommentare vielleicht dazu? Ach nö. Oder scrolle ich hier nicht? Nee, es ist faul heute das Publikum. Haben wir hier überhaupt noch Zuschauer? Ist denn einer da? Macht mal ein bisschen Lärm hier. Kann ja wohl nicht sein, dass hier so wenig los ist, aber ich musste heute um die Uhrzeit ran. Das hat alles nichts geholfen. Mal gucken, haben wir hier Livestreaming. Oh ja, 38 Zuschauer ist ja schon mal ganz ordentlich, ne? Für die Uhrzeit. Äh, schön, 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 ihr Freunde. Jawohl, die sind alle noch da. Sehr gut. Lass uns mal gucken, was das Ding bringt. Also der Host hier, das ist der HP Microserver Gen 10 Plus mit dem kleinen Xeon. Gibt es ja in Pentium und oder Core und in Xeon und in Groß Xeon. Das ist der Xeon 2224. Das ist der mit vier Kernen. Daher wahrscheinlich auch die Bezeichnung gibt es dann gleich noch den 22236, der deutlich schneller zu erwarten wäre. Und die VM-Konfiguration bleibt jetzt identisch. Wir nehmen jetzt die KVM-Software-CPU, machen jeweils Benchmark, machen Benchmark CPU, machen jetzt Benchmark Platter von beiden Kisten und dann versuchen wir nochmal CPU-Benchmark mit der Host-CPU-Type, also keine virtuellen CPU. Also das ist, könnte interessant werden. Die Kiste hat, ich meine, vier Gigabyte RAM und jetzt gucken wir mal, was da geht. Und dafür habe ich ja mir extra, habe ich mir ja extra was installiert und hoffe, dass das gleich funktioniert. Schauen wir mal. So. Oh, Ort schreibt mir ohne H. Also Vollbild will er auch nicht. Muss jetzt mit Leben, der Browser sollte ja trotzdem gehen. Jetzt haben wir hier mal so einen Benchmark installiert. Vorhin mal, mal gucken, wurde, ich habe wieder vergessen, wie der heißt hier. Lass mal gucken. wo ist er hin, wo ist er hin, Performance-Test. Ist er das? Ist er das? Ja, das sieht doch gut aus. Dann schiebe ich mir das sonst wohin hier, dass das was, ja, falsch, ach, da ist noch das Icon hier auf dem Desktop. Guck mal. Da ist es doch. So. Und da werden wir jetzt mal in die Trial gehen. Continue. Und machen jetzt mal auf der Kiste einen CPU-Mark. Also brauchen wir jetzt nicht das volle Programm, das ist übertrieben. Und dann hören wir uns auch gleich mal den Lüfter an, ob hier der Lüfter losgeht von dem Microserver, wenn der was zu tun hat. Weil der hat ja auch eine fette CPU. Und können ja parallel schon mal gucken, was hier der, was der hier treibt. Also der, nutzt die Kiste ordentlich aus, die Load geht nach oben. Ja, also der hat definitiv, definitiv was zu tun hier an der Stelle. So. Das sollte nicht ewig dauern. Dann notieren wir das Ergebnis. Dann machen wir das Ganze mit der Platte über NFS. Dann gucken wir uns das mal an, wie das schneller ist mit dem Sex-Kern ohne NFS. Aber ich erwarte hier ein gutes Ergebnis. Und dann können wir das ja nochmal mit der CPU machen, mit der Host-CPU. Das reicht vielleicht, wenn wir das mit einer Kiste machen dann. Gut. Bin noch da. Ja, machen wir Cinebench R15. Cinebench völlig unspannend für das, was wir hier tun. Nee, mache ich jetzt nicht. Kannst du selber machen. Macht keinen Sinn. Also wir wollen ja nur die beiden Kisten ins Verhältnis stellen. Nicht was die Cinebench bringen, das ist völliger Quatsch. Wichtig ist, dass der Kunde hier ein performantes System kriegt, dass wir in vornherein keinen Fehler machen durch irgendwelche Blockgrößen, Rate-Level, Caches, RAM-Einstellungen schlechten Wert haben. Deswegen nehmen wir uns heute jetzt die Zeit und machen das mal ordentlich und gucken uns gleich mal hier die Ergebnisse an. Das muss ich jetzt ein bisschen totlabern. Ich hoffe mal, der zweite ist schneller. So, hier haben wir einen Wert. Dann mache ich jetzt mal hier einen Screenshot von dem ganzen Zeug und das Erste, was wir getestet haben, war quasi hier der Micro-Server mit der 2224, Xeon CPU und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit den Disks über NFS und schauen mal, was hier so abgeht. Was da wirklich schnell vor allem ankommt und Virtualisierung frisst, Speed. Also man will keine Virtualisierung, wenn man Speed will und man will auch schon gar kein ZFS, wenn man Geschwindigkeit will. Will man auch nicht, aber wenn man will Ruhe haben, man will einfach nur, dass es gescheit läuft. Es gibt, es gibt, entweder ist es schnell genug oder es ist nicht schnell genug. Entweder es reicht oder es reicht nicht. Wir machen hier, wir sind hier nicht auf der Flucht, ja, der Benchmark-Fetischisten. So. Also hier höre ich jetzt gerade mal gar nichts. Ich sehe nur, dass so etwas eiert. Wir gucken mal. Ach, guck mal hier, 1,3 Gigabit pro Sekunde. Also hier, wie gesagt, keine Ahnung, warum ich jetzt auf 2 Gigabit komme. Das muss mit dem Round-Robin zusammenhängen. Weißt du, ob man das hier pro Netzwerkkarte sehen kann hier vorne. Ich gucke gerade, ob es dann beim Network, nach schwachstem Summary ist das, ob es da beim Network irgendwie eine Anzeige pro Karte gibt. Network Traffic, nee, das siehst du hier, das siehst du hier leider nicht. Also da müsste man sich jetzt mal verschiedene If-Tops aufmachen zum Beispiel, aber da habe ich jetzt gerade keinen Nerv drauf. Also ich sehe, das ist gut. Ja, er macht und er macht jetzt einen Read-Test, jetzt macht er einen Write-Test. Da können wir auch nochmal schauen. 1,1 Gigabit pro Sekunde. Das, also, ganz ehrlich gesagt, das ist zu langsam. Das ist überhaupt zu langsam. Windows bootet mit 10 Megabit, also mit 100 Megabit pro Sekunde im Schnitt hoch. Auch wenn du noch so schnell SSDs hast, es geht um die Latenz, es geht um die kleinen Blöcke, es geht um Datenbanken. Ja, das ist scheiße gut genug. Wenn du irgendwas willst, was du jetzt hast, mach ein dediziertes Nass, mach ein Fri-Nass zum Beispiel. Wichtig ist nur, dass du ein flüssiges Arbeiten hast. Du klickst was und es passiert was. Überleg mal, das sind 1 Gigabyte pro Sekunde, das ist 4 Gigabyte sind eine DVD an Daten, Filmmaterial. Da kannst du heute, das waren früher schon zwei Stunden Video und heute kannst du dann H.265, kannst du da vier, fünf Stunden Video in HD draufpacken, in drei Sekunden durchgeschoben. Also das ist alles Jammern auf ganz hohem Niveau. Also ich will nicht jammern, ich will nur mal ein bisschen kenne deine Zahlen und da auch mal ein bisschen was dazu sagen. Komma 32K, 4K, Disks Running und wir sind immer noch im NFS-Betrieb hier, das heißt, die nächsten beiden Tests sollten erwartungsgemäß noch schneller werden. Die Werte wollen wir jetzt erst mal sehen, sollte also jeden Moment hier fertig sein. Also hier ist er jetzt bei Kleinwerten, weil er macht wieder kleine, kleine Outputs und hier kann man nochmal gucken, im ZFI ist das, ist er wohl hier gerade offensichtlich am Schreiben und bockt es die Kiste in irgendeiner Form. Den Host, wir sind jetzt auf dem Host, also der, wo die NFS-Geschichten macht, der dümpelt mit einer Load von 2, von 8 locker daher, also hier ist alles absolut unter Kontrolle. absolut unter Kontrolle. So, hier sind die Werte, die notieren wir uns jetzt auch mal und werden jetzt das Ganze nochmal auf der großen Kiste testen und dazu werde ich jetzt diese Maschine wieder zurück migrieren. Das könntest du den ganzen Tag machen, das macht so einen Heidenspaß. So, es macht so lange Spaß, bis es funktioniert. hier ist auch nichts passiert. Dann müssen wir jetzt die Zeit überbrücken. Ich kann nochmal das Lied spielen von vorhin, während er migriert, wenn er wollte, das war voll gut. So, okay, der ist fertig und wir machen uns hier wieder ein großes Bild. Hat er jetzt Bock auf Vollbild? Naja, er hat kein Bock auf Vollbild mehr. Er hat kein Bock auf Vollbild mehr, dann gibt es halt kein Vollbild. Dann machen wir doch gerade jetzt nochmal den CPU-Markt. Das ist fairer, dann kann der Cache sich noch ein bisschen löschen. Jetzt machen wir hier diese CPU-Geschichte. Womit haben wir es hier zu tun? Wir haben es hier diesmal zu tun mit diesem Host, der jetzt hier aber auch schon lauter wird. Wir hatten ja auch diese Lautstärke-Probleme, die mittlerweile gelöst sind. CPU-Usage, interessant, dass er sich hier nicht alles gönnt. Also hier geht es gar nicht so hoch, da wäre der Verdacht. Das Lust ist, was haben wir hier? Wir haben Xeon E 2236 Kerne 3,4 Gigahertz mit insgesamt auch noch mit Hyper-Threading, also jeder Kern zählt hier nochmal doppelt. Und wir haben ja gesehen, schon in dem Vergleichen, dass die Benchmarks generell hier deutlich besser waren. Und er sagt, also er holt hier nicht mehr raus, weil ich hier nur vier CPUs definiert habe, was wohl hier offensichtlich bedeutet, dass wir hier nicht die volle Last rauskriegen. Das heißt, hier müssten wir eigentlich fairerweise nochmal hochgehen. So, ich muss mich mal rausbeinen zwischendrin. Benchmark sollte dann gleich fertig sein. CPU-Benchmark und dann werden wir die gleich nochmal alle Werte vergleichen, wenn es soweit ist. Ich mache mal hier den Rachen frisch so lange. Fertig ist er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war der gleiche Wert wie vorhin. Das heißt, bei gleicher Kernanzahl ist der gar nicht schneller. Das heißt also auch bei Single-Core vermutlich nicht flotter. Wir gucken es aber gleich mal im Detail nebeneinander an. Wir haben jetzt hier mal einen Screenshot gemacht. Ich muss mal meine Screenshots testen, ob die auch alle da sind. Ich müsste jetzt eigentlich ein dritter Screenshot. Jawohl, da ist er. Screenshot ist da. Und jetzt kommt der finale Disk-Test hier nochmal, wo wir sagen, okay, Discmark hat man vorhin 1900 gehabt über NFS. Da müsste jetzt natürlich mehr gehen. geht los. Der macht jetzt auch erst mal der Lüfter. Da geht der Lüfter schon mal los. Und das muss er auch, weil der Server ja relativ knapp gebaut ist. Also hier im Netzwerk passiert jetzt gar nichts mehr. Es ist NFS, aber auf dem Interface ist nichts los. Müssten wir also hier direkt ins Ding reingehen, ins ZFS. Und hier geht gerade auch nichts interessanterweise. Also hier müsste spätestens was passieren auf diesen Kingston SSD. Übrigens sind die 500M von Kingston mit 2 Gigabyte knapp. Warum geht denn da nichts? Write, test running. Ah ja, guck mal hier, 1 Gigabit. Ja, 1 Gigabit. Also er müsste hier eigentlich maximal und jetzt sehen wir hier 1 Gigabyte. Entschuldigung, das ist 1 Gigabyte. Das ist ja, eigentlich sind es ja ja dann 20 ne 800 Da müsste doch eigentlich dann entweder muss er 700 schaffen oder 1,4. Mehr geht dann Gigabyte pro Sekunde. Da fand man es Gigabit. Also das ist das Achtfache im Prinzip. Nicht vergessen. Und was kommt davon jetzt wirklich in der virtuellen Maschine an? Das ist das, was uns interessiert. Wir hatten vorher einen Wert gehabt von 1900 der das Ganze vergleichbar machen soll. Können wir gucken, ob es schon Kommentare gibt. Keine Kommentare. Alles ist gespannt und es bleibt spannend. Der Test läuft. Gut, die kleinen Pakete, da dürfte nicht viel passieren. Oh, aber guck mal hier, ganz interessant, die kleinen Pakete performen hier auch richtig gut. Also hier die mit 32K. Und hier müssten gleich die 4K-Pakete kommen. Wir haben es gleich geschafft und können dann final vergleichen und können dann im Prinzip einfach nochmal hergehen und können auch nochmal mit 6K testen. Aber dann kann ich nicht mehr live migrieren. Klar kann ich migrieren, wenn es Probleme gibt, aber ich müssten runterfahren dazu. Jetzt kommen die kleinen Pakete und hier sieht man, also hier geht das dann runter. Ich frage mich gerade, ob das vorhin, ich habe es nicht mehr in Erinnerung, ob das Megabyte oder Megabit waren. Müsste man, sehen wir gleich in Gesamtergebnissen. Immer gefährlich, so etwas zu bewerten. Hallo Holger. Immer gefährlich, so etwas zu bewerten, wenn du, wo ist mein Bild hin? Also wenn das so nicht fertig ist. Also das ist jetzt jeden Moment gleich fertig und wir erwarten das Ergebnis 1922 Punkte über NFS hinzuschlagen. Wir sind auf dem selben Haus, der vorher die NFS-Freigabe bereitgestellt hat und gehen jetzt in den Wert rein und bekommen hier einen fünffach schnelleren Wert und werden jetzt gleich mal in die Bewertung der Werte gehen und werden jetzt aber gleich nochmal einen CPU-Test machen, um zu gucken, ob wir noch mehr rausholen können. Und zwar geht der so. Das kann ja dann während der Bewertung schon mal laufen hier. Ich fahre das Ding jetzt mal runter, dann kann es nicht mehr migrieren gleich und werde jetzt hier gleich, wenn der aus ist, die Kerne hochsetzen. Weil man sagt ja immer, er verteilt das. Also in den Doku steht immer, ja, er verteilt das über das, was da ist. Es sieht nicht so aus. Ich gebe jetzt mal hier wirklich die maximal 12 an und sage hier, möge doch bitte das Ganze 1,1 durchreichen. Und hier ist dann spätestens vorbei mit der Live-Migration. Also wenn ich hier migrieren möchte, wenn ich hier migrieren möchte, müsste ich vorher die Kiste runterfahren, die CPU-Kerne reduzieren und dann quasi die Migration machen und dann den Benchmark nochmal machen. So, das machen wir jetzt auch gleich nochmal. Den gleichen CPU-Benchmark nochmal. Wir werden dann schon mal die ersten beiden Runden gleich mal auswerten. Performance-Test. Ach, jetzt habe ich hier das schön verkackt mit der Anzeige. Die Windows-Installation werde ich auch nochmal demnächst nochmal vorführen. Das hat sich nämlich ein bisschen geändert. Dadurch, dass jetzt diese Installationstools für so einen One-Button installiert, geht aber auch, der hat es in sich. Your number of process set in preference not optimal. Ja, will ich korrekten. Machst du mal. Okay, also wir wollen ja das Maximale haben und was du jetzt halt hier siehst gleich, dass mir der Lüfter schon mal gut abgeht, dass jetzt hier die Prozessoren in echt stehen und vorhin standen hier virtuelle KVM-CPUs. Also hier haben wir jetzt alle Kerne. Das ist nicht 1 zu 1. Das ist kein 1 zu 1 Mapping. Wir wollen jetzt mal gucken, was geht. Man darf auch ein bisschen pusten. Meine Erwartungshaltung wäre, dass er jetzt hier mal ein bisschen mehr, ja, jetzt kommen wir richtig ans Limit. Hier wird auch geloadet. Viel Spaß, mein Lieber. Und dann gucken wir uns mal die Ergebnisse von eben an. Also wir hatten ja ursprünglich die erste CPU-Auswertung hier. So, das ist der, jetzt muss ich gucken, was da was ist. 16 Uhr, Moment. Der da und der da. Ist das der gleiche? Nee, das ist der gleiche. Der da und der da. So, was ist jetzt hier was? 56, 51, genau. Das linke war unser HP-Micro-Server gewesen. Der hat hier, kam jetzt hier auf 16, naja, das ist ein blöder Vergleich, auf 5400 CPU-Mark. Und mit der gleichen Konfiguration auf der Sechskernkiste hat sich mal überhaupt nichts getan. Also hier hätten wir nur einen Vorteil, wenn wir mehrere Maschinen fahren würden. Wenn ich mir so die Werte mal so nebeneinander angucke, also das ist, ja, ist ein Ticken schneller, die Sechskernkiste, aber es reißt nicht wirklich raus. Also an der Stelle CPU-mäßig rechtfertigt sich erstmal nicht der Wert, aber wir haben ja mehr Kerne da drauf. Der Test läuft gerade. Das können wir gleich nochmal vergleichen. Und jetzt haben wir nochmal die Festplattenvergleiche, nämlich einmal hier und einmal hier. So, da haben wir einfach beide Werte. Der linke Wert, wir machen es mal so rum wie eben, der rechte Wert ist unsere kleine Kiste, unser HP Microserver, über NFS angebunden, kommen wir hier auf einen Discmark von 2000, also 1962. Und sehen hier, also die Werte, die ich mal angucke, 165 zu 1900 bei Read, bei Write 141 zu 459, 8 zu 29, also das ist fünfmal schneller hier, wir hätten ja eigentlich 6 Gigabit würden nochmal gehen, wenn er beide, ich glaube, wir hatten gesehen, er kommt bis auf 12 Gigabit bei dem Teil, weil er ja, nee, er kann eigentlich nur mit 6 Gigabit. Da können wir nochmal gucken, wie viel er gelingt hat, weil die Werte höher waren. Ich gehe jetzt mal im Moment noch von 6 Gigabit aus, dann dürfte er zu 2 Gigabit dreimal schneller sein, wir kommen aber auf fünfmal schneller. Das heißt, NFS ist nicht 100% effektiv, lokale Storage gewinnt hier definitiv ohne Tuning. Ja, aber trotzdem sind das immer noch verdammt gute Werte. Wie findet das der Chat? Stell mal den Typ auf Host mit vier Kernen, nee, das wird mir zu lange heute, ich habe ihn jetzt ja auf 12 Kerne gestellt und das ist ja das, was gerade aktuell gelaufen ist und das können wir jetzt ja mal vergleichen, wo wir da mittlerweile stehen und gucken mal in die VM rein und kommen jetzt hier auf 14.000. Kommen wir auf 14.000, sorry meine Stimme, mache gerade die ganz mit. Also hier nochmal 40% drauf, 50% hätten gehen können, weil wir haben ja von vier Kernen auf sechs und Typ Host CPU, also Typ Host CPU hat wohl nichts gebracht von der Performance, so erscheint es mir zumindest. Und lass uns nochmal hier die Werte auch nochmal vergleichen, nochmal nebeneinander. Per Screenshot, dass wir da wirklich Gewissheit haben, das wäre jetzt hier der Wert nochmal mit Host CPU 12 Kernen. Also mehr geht natürlich nicht. Mensch, mein Hals kratzt, das ist eine Katastrophe hier, dieser Winter, der Winter wird hart. So, also das war jetzt der langsame Wert hier, das war der DiscMarkt, der bringt uns gerade gar nichts, den wir hier haben. So, dann holen wir jetzt gerade nochmal die letzten beiden CPU Marks hier hervor und haben hier, genau, das ist der Kleine hier, das ist falsch. Wo ist der andere? 5000, nee, das war ja tatsächlich 14.000, das war der von eben, 5.000, 5.400, okay, Reihenfolge, blöd, blöd gelaufen. So, warte mal, was ist denn hier was? Das ist der, müsste der schnellere gewesen sein. So, und dann haben wir hier, nein, ach, der macht mich wahnsinnig. Okay, das war der Kleine, der war langsamer, 5.400, ja, da ist er. Also, hier haben wir die Werte, nochmal nebeneinander. Ne, das ist ein deutlicher Unterschied. Also, wir kommen hier tatsächlich von vier Kernen, also wir haben hier mehr als eine Verdoppelung. Wir haben nicht nur die Kerne verdoppelt, sondern wir sind von virtuellen Kernen, von vier virtuellen auf 12 hochgegangen und auch auf Host-CPU. Man könnte nochmal den Gegentest machen, aber den macht man in Stimmhäuten immer mit und ist auch nicht so relevant. Also, Fakt ist, hier ist nochmal CPU-Optimierungsbedarf, wenn du es maximal rausholen willst. Und jetzt nochmal im Detail vielleicht nochmal gucken. Single-Core, 2800, bringt ein Core, da hat sich nichts geändert. Hier auch die Physics, hat sich nichts geändert. Der Rerun hat es doppelter gebracht. Teilweise. Floating-Point, 30.000, ach, fast verdoppelt, also verdoppelt bis fast verdreifacht ist schon mal, ja, nicht ganz, auch nicht. Ja, 2,58 ist schon ziemlich ordentlich. Haben wir Kommentare? Der Bitte kann ich, wie gesagt, da wäre gerade nicht nachkommen. So, das wäre das gewesen. Lass mich gucken. Was wollen wir noch zeigen? Was er jetzt natürlich nicht kann, das haben wir ja gerade schon gesehen, wir können mit der Konfiguration nicht, also werde ich ja bitte jetzt doch nachkommen. Wir können jetzt nicht migrieren. Und die spannende Frage wäre, es sind ja sehr, guck, sagt er, kann ja nicht, weil Kerne passen nicht, maximal vier CPUs laut, vor das VM. Aber wenn ich denn jetzt, warum eigentlich vier? Der hat doch eigentlich acht Kerne. Ach ne, den hat er nur als vier Kerne erkannt. Die CPU nur als vier Kerne erkannt, der hat kein Hyperthreading erkannt hier drauf, auf der CPU. Das ist ja doof. Okay, also runter mit der Kiste. Die Frage ist, sind die jetzt kompatibel für die Hot-Geschichte? Weil von der Generation her, von der Generation her, sind die beide natürlich gleich, gleichwertig, von den Features her. Das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn ich alte CPUs mit dazu nehme, oder irgendwelches AMD-Zeug, für die Live-Migration. Also sagen wir hier nochmal, okay, wir machen nochmal hier die vier Kerne. Allerdings, Typ Host, zwei verschiedene Xeons, aus der gleichen Generation. Würde das funktionieren, würde mich jetzt hier noch interessieren. Ich muss immer wieder mal so Sachen probieren. Und am liebsten mit euch, genau, der hat kein Hyperthreading. Ich dachte, es wäre ein acht gewesen. So, und jetzt sagen wir hier wieder Migrate. Selber CPU-Typ, gleich viel virtuelle, maximale virtuelle Kerne, passend gemacht. Andere CPU. So, und hier sieht man, solange die beiden CPUs den gleichen Befehlssatz unterstützen, funktioniert das. Wenn du jetzt verschiedene CPUs hast, weil du alte Kisten, so wie wir später in Betrieb nimmst, würde ich KVM nehmen, dann sind die alle kompatibel. Oder gucken, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Wenn es alles Intel ist, kann ich sagen, okay, also alles irgendwie auf dem Stand von vor vier Jahren. Die Features können alle gemeinsam, muss man mal durchprobieren. Aber ich bin schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Wie findet ihr denn das? Ist das cool? Ist das cool oder ist das nicht cool? Wenn es nicht cool ist, muss ich den Kunden rausschneiden. Also, sagt mal, Kommentare. Davon lebt diese Sendung. Erik bin zu spät, Mist. Ja, wisst du. Ja, Flo, Holger, Matthias, Alvaro. Ist das eine coole Lösung oder ist das keine coole Lösung? Das ist ja, das ist ja ein schöner, Proxmox ist halt Storridge und das ist Netzwerkserver, er ist Sarn, er ist Storridge-Server, er ist Virtualisierer, er ist ZFS. Was er halt nicht ist, was schon einige verlangt haben, er ist kein Solaris und er ist kein FreeBSD, das kann er nicht leisten, ist aber manchmal auch ganz gut. und so, Abend, habe leider den Anfang verpasst, wie machst du das bei dem System mit dem Backup? Auch gegenseitig repliziert. Okay, Hauptsache, ich schreibe der Flo, okay, ja, ein kleines Setup. Klar, das ist das für deinen Wissenstand sowieso. Das ist auch der VMware-Ansatz mit dem kleinsten Nenner der CPU, passt, verstanden, genau, und in der Konstellation können wir auch einen VMware ESX-Server einfach einklinken und können per V-Sender die Maschine einfach rüberziehen in den Betrieb, anhalten, virtuelle Maschinen auf Boxbox anlegen, dort wieder hochfahren, super Migrationsweg und dann dediziertes Dataset. Was wir jetzt natürlich genau machen können, gucken wir uns das auch nochmal an, wir haben sich natürlich die Möglichkeit, hier individuell zurückzurollen, also das da, das da minus das da sind genau die Snapshots, wo wir zurückrollen können, das können wir tun mittlerweile und wir könnten auch hier per Eisgasse freigeben, also wenn ich jetzt zu der Erkenntnis komme, dass ich noch mehr Power brauche, könnte ich hier auch Eisgasse nehmen, ich könnte NFS-Sync noch ausschalten, zum Beispiel noch was zu optimieren, dann wäre noch die Frage, Jumbo Frames könnte ich noch machen, das würde noch funktionieren, aber für den Migrationsweg bei dem Kunden ist das auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich cool, hier schön im Betrieb ohne Vorkenntnisse zu haben. Übrigens, wir haben gezählt, was die neue CPU kann von beiden Kisten und sind dann hergegangen und haben die Werte, die CPU-Mark-Werte addiert und kommen da schon mit der ersten CPU von dem Sechskerner über das, was der Kunde vorher hatte, also das wird auf jeden Fall reichen. Dann wurde ja hier noch nach der mit dem Replizieren, das können wir jetzt hier nochmal gleich kurz machen, hat kein HT, genau, mit HT wäre das richtig cool, hatte mal gelesen, dass es sowieso eher ein Marketing-Thema ist, nee, ist es nicht, das funktioniert. Gerade in Virtualisierung. Ja, dann lassen wir uns doch noch kurz eine Replikation machen. Also der Plan ist, dass die Kiste hier, die kleine, dass die die Replikate aller Kisten erstmal auf jeden Fall komplett einfangen soll, also auch der könnte Storage-Server spielen, wenn es Hard-of-Hard kommt, auch Storage-Server für die anderen virtuellen Maschinen sein. Man würde hier dann zum Beispiel einfach hergehen, wenn es knallt und würde sagen, etc, pve, storage, cfg, also sagen wir mal, der Haupt, Storage-Server wäre kaputt. Dann würde ich einfach hier diese IP-Adresse mit Suchen ersetzen auf die 3 ändern und dann könnte der Storage-Server alles mal durchbooten und dann wäre der Storage-Server, weiter geht's. Der kriegt jetzt das paar Replikate auf jeden Fall, das ist nämlich hier die 111. Der soll die Replikate bekommen, das macht man so. Mein Gott, Stimme, schwierig. ZFS-Create, Airpool-Replika, ZFS-Z.com.sun-Auto-Snapshot gleich False auf Airpool-Replika, sonst kriegt der Snapshots und dann hast du keine Replikation. Ich könnte jetzt hier gezielt auswählen, pushen, ich will einfach alles einsammeln, ich habe jetzt keine Zeit, also würde ich hier tatsächlich das schöner CP-Zengel Backup-ZFS modifizierte Skript von mir nehmen, die findet ihr bei GitHub. Bei GitHub da ist der Trottel jetzt auf die falsche Seite gekommen, da müssen wir hin. So, Backup-ZFS. Wir brauchen das Skript Backup-ZFS. Da gehe ich hier über Raw. So, das ziehe ich mir jetzt mal hier erstmal rein. Hoppla, W-Get und mein Steuerskript hätte ich ganz gerne. Das da Raw. Ich möchte, dass er pullt, weil der soll nicht nur von dem einen, von dem Einzelhaus das Zeug ziehen, sondern auch von dem anderen. CR-Mod plus X. So, ich modifiziere das Steuerskript, Cluster haben wir schon, Keys haben wir getauscht. Source-Host wäre jetzt hier die 172. Ich mache das jetzt mal über den Zahnbetrieb gerade mal Replikation, aber eigentlich eher wenn LAN, sonst machst du dir das ja nur langsam. Nur, das wird sich später nochmal ändern und deswegen passt das. Source passt, Airpool Data, nee, passt nicht. Und zwar hätte ich ganz gerne alles unterhalb NFS-Base. Heieiei, Stimme, macht schwierig. So, Destination Path, Airpool, Replika. So, Port 22, das ist meine kombinierte Version hier. Und wir machen jetzt erstmal hier eine Demo. Also nicht scharf schalten. und jetzt testen wir das mal, führen das aus. Er will einmal mit der zweiten Kiste den Fingerprint tauschen. Jawohl. Und er hätte jetzt hier drei Datasets gefunden. Stimmt, ich habe die anderen gar nicht gelöscht vorhin. Und Root ist Direktory, dann habe ich mich da wohl vertan. Ach ja, genau. Guckt mal hier, da ist noch ein Fehler drin hier unten, das muss raus, da unten, diese Tille, die da eben war. Ja, dann schalten wir das scharf. Würden das jetzt mal ausführen, das kann man dann in den Taskmanager reinhauen, das lässt du so oft laufen, wie du lustig bist, mit einer gewissen Aufhebezeit. Und ich glaube, Aufhebezeit Default war 5 und jetzt föhnt er sich den ganzen Kram hier mal ganz geschmeidig rüber auf die Festplatten und wenn er 14 Gigabyte durch hat, dann hat er das geschafft. Und das machen wir gleich noch ein zweites Mal. Chat, wie sieht das aus? Guck mal hier, wird auch schon schön geblinkt. Und hier haben wir auch wunderbar Chat. Ja, ja, Hyper-Settings gut bei Widerschirung, bei anderen Workloads aber durchaus fraglich. Ja, da gibt es mit Sicherheit die eine oder andere Abhandlung darüber. Was er jetzt natürlich macht, was mir gerade auffällt in meiner Variante, in meinem Backup ZFS-Script, würde ich euch für LAN raten, ihr seht, die Performance ist ziemlich scheiße. Ich breche das mal ganz kurz ab. Das liegt da dran, das liegt da dran, das sind meine Backup ZFS-Varianz, deswegen nehmt ihr bitte für Inhouse die Originale, nicht meine. Dies optimiert auf Außerhaus. Und genau das wird nämlich hier einem, guck, SSH-C Compression, das kostet Zeit. Haben wir das noch irgendwo, Minus C? Ne. Deswegen ist der Scheiß auch so langsam. Und jetzt lassen wir es gerade nochmal laufen. die Compression kann Sinn machen und ich sage generell immer so, dass er auch erst mal aus der einen Kiste dekomprimiert, rüberschickt, wieder komprimiert. Wenn du richtig schnell kopieren möchtest, könntest du zum Beispiel auch mit NetCut arbeiten. Auch da habe ich schon den einen oder anderen Entwurf bei mir auf der Platte. Und hier können wir mal gucken, if top über Bondage 0. Witz, 1,1 Gigabit könnte SSH noch ein bisschen mehr bringen. Aber SSH ist generell da immer ein bisschen langsamer. Das repliziert jetzt, damit sammelt. Das mache ich jetzt quasi für jeden Host, der da drauf läuft. Und dasselbe Skript lasse ich auch nochmal später auf den Kisten laufen, wo früher die alten VMs kommen quasi hier auf die fette Kiste und er zieht sich das so alle paar Stunden und die Kisten, wo die VMs dann vorher waren, werden wieder auf die ursprüngliche Kiste genau mit dem gleichen Skript zurück repliziert, damit die dann zur Not da sind. Oder ich könnte auch hergehen, könnte zum Beispiel das Skript jetzt nehmen, was gerade läuft und könnte die ganz normale Proxmox Replication Engine nehmen, um für Notfall Reservekisten bereit zu halten. Das sind alle so Dinge, die gehen und dann hast du ganz viele Replikate und nicht nur eins, weil ein Replikat ist doof, wir wollen hier eins auf die Platten, hier eins auf die anderen Host, eins außer Haus, wir wollen, dass das geil ist, geil soll es sein, das muss Spaß machen und das machst du dann ganz individuell für den Kunden und machst den Notfallplan und dann weißt du genau, wenn es Probleme gibt, wenn der Notfallplan, wenn der kaputt ist, dann macht es entweder der oder die Kiste, wo es ursprünglich drauf war, dann hast du super easy Handhaber, also dann bist du auch in einem schlechten Tag vor Weihnachten wenn du krank bist, wenn du fit bist, ruckzuck wieder einsatzfähig. Ole, so ist es, guck mal, jetzt kommt die zweite Kiste, okay, jo, der Flo schreibt, bei Anwendung, Deep Threading, Differenzbegleichung skalieren, bringt Mullico auch nichts, so, denke ich mir, Frank Förster, hallo Frank, gesundes Neues, danke, ich halte es gerade so ein bisschen, was mit dem ZFS Cent-10 Problem, die Daten nicht neu zu komprimieren, oh, interessant, kenne ich nicht, muss ich mir angucken, muss ich gestehen, kenne Parameter nicht, und dann fragt er noch hier, was mit Encryption und Versenden von Rawstream ist bei Proxmox nicht vorgesehen, also wenn du jetzt anfängst mit Verschlüsselung rumzueiern, wenn wir außer Haus verschlüsseln, nehmen wir Freenas, dann schicken wir das auf eine verschlüsselte Disk, dass die ganze Disk verschlüsselt, Proxmox und Encryption ist kein guter Workflow, wenn es Probleme gibt, also dann würde ich, vor allem wenn du so einen Aufwand hast, würde ich mir auch gleich einen Freenas vor Ort stellen, das ist alles nativ drin, der macht genau die Dinge, die du gerade gefragt hast, wäre für mich eine Freenas Indikation, Freenas beim Kunden einsetzen, Frank, ich hoffe, du kannst mit der Antwort leben, ansonsten lass es oder sag was dazu. Guck mal hier, der ist jetzt auch gleich fertig, ich hatte da schon mal so ein halbes Debian installiert, ich würde es aber ganz gerne nochmal kurz gleich mit der Differenz zeigen, was das Replica Skript kann, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie viel da kommt, lass mal gucken, der schickt hier, was schickt der denn hier, Aueli 998, da kann doch, da steht doch nochmal immer dabei, wie viel da kommt, 900, ist das immer noch die 99, das ist die 998 und da oben ist die 998 und das ist nicht mehr, doch, das ist auch die 998 und da schickt er 18 Dataset und das noch exist, irgendwo müsste stehen, wie viel er schickt, ob sich das Warten rentiert, ich habe ja keinen Bock jetzt hier noch ewig mehr an rum zu replieren, ich muss ja auch nicht, ja, fertig, nee, ich müsste mal gucken, wie viel das sind hier, 998, das sind bis zu 22 Gigabyte, okay, da können wir noch drauf warten, hier ist dann fast gar nichts mehr drin, okay, das warten wir noch ab, gucken nochmal nach Kommentar, kein Kommentar bislang, Replikation gleich fertig, jetzt kommt noch die 999 gleich, mal gucken wir mal die ganzen Kleinen zack, 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 das knattet auch hier schön neben mir und das wäre jetzt der initiale Sync und dann würde das System quasi zum Kunden gehen und würde dort dann künftig über Internet laufen lassen. Genau dafür ist es gedacht. Also ich würde jetzt das Ding zum Kunden nehmen, einmal alles durchsynchronisieren, dann kann ich es mit nach Hause nehmen, alles mit einem alternativen Port, nur Schlüsselauthentifizierung und so weiter, alles, was sich da gehört. Und dann würde der einmal am Tag oder dreimal am Tag, was auch immer, das selbe Skript nochmal laufen lassen, macht einen neuen Snapshot hier drauf und würde jetzt hier die letzten Aktualisierungen schicken. Das ist eine fragliche Reihenfolge, die er da gerade macht. 8, da sehe ich gerade, da könnte, ja, der ist schon fertig. 9,9,8 hat er hier gemacht, 9,9,9. Wo hat er die zu 100 gemacht? Mein Gott, das geht ja flott. Nochmal kurz gucken. Also nochmal schauen, was der wirklich tut. Wenn du hier in Esho davor schreibst, dann macht er hier die Simulation und dann siehst du genau, er guckt also, welch da das jetzt gibt es hier auf der Gegenseite und dann wäre das jetzt hier zum Beispiel mein Windows. Zack, da ist nicht viel passiert. Das geht wirklich so schnell. Ich kann mal auf der Windows-Kiste nochmal kurz ein bisschen Fasching machen auf die Schnelle, dass man nochmal sieht, dass das wirklich funktioniert. Sub, und da nehmen wir den BST nochmal ganz kurz final, dass man mir das auch glaubt, dass da was passiert. Wollen wir mal ein bisschen Schreiben hier drauf. Einfach mal, so, ich halte das wieder an. Jetzt ist da was passiert und jetzt gucken wir uns nochmal die Veränderungen an. Ich mache mal den Font ein bisschen kleiner auch und führe jetzt einfach den Befehl nochmal aus. Fünf werden nicht mehr aufgehoben. Das könnten fünf Stunden, fünf Tage sein. Das hängt dann mit meiner Frequenz zusammen. Und jetzt siehst du hier, 306, 90 MB haben sich eben verändert und das ist jetzt schon repliziert und das ist der Wirkungsgrad. Beweis, wir sind hier auf dem Replikat drauf. ZFS get written und dann kannst du schauen, CREP 200, Disc 0 zum Beispiel. Und dann siehst du, er hat also hier einen Frequent vorhin noch gehabt. Das Ding ist relativ, genau, der müsste, genau, das ist jetzt wiederum auch die Variante. Der müsste dann weg gelöscht werden. Das ist die Variante, die immer nur von bis repliziert. Also selbst wenn jetzt hier die Quellkiste einen Hourly Snapshot kriegt, ich mache das gerade mal, Punkt Hourly, das ist die Außerhaus Variante, die wir hier eingerichtet haben. Und dann würde er jetzt quasi nach dem Hourly nochmal einen Backup ZFS Snapshot machen, würde den replizieren, würde aber nicht die Zwischensnapshots mitnehmen. Guck, der ist jetzt einfach eine Minute weitergesprungen. Aber wir wissen beide, dass hier zwischendrin noch ein Snapshot Hourly ist. Aber er will wirklich das Zeug ganz schnell außer Haus kriegen und mehr Effizienz geht kaum. Ja, wobei ich schon beim Frank schon wieder so die ein oder andere Optimierungsidee bekommen habe. So, Frank schreibt. Kannst du jetzt mit Debian und ZFS auch machen? Frag dann beim Boot nach Passwörtern für die Datasets. Die Idee ist nur, vom Remote ein Replikat zu bekommen, weil es verschlüsselt ist. Und du ohne Kunde gar nicht reinschauen kannst. Ja, klar. Aber wenn ich das nicht an jemand anderes schicken möchte, dann sollte es vielleicht auch dem nicht geben. Aber das ist klar. Das ist ein cooler, cooler Ansatz. Also den Anspruch haben wir nicht. Also wir haben hier jede Menge Replikate. Erwähre ich den Dinger beim Geschäftsführer zu Hause oder bei uns. Wir haben hier Gitter, Brandschutztür, Kamera, Casino vorne, eine Schule, Betrieb. Also das ist schon, ich fühle mich da schon ganz wohl, du bist, es ist aber ja Frank. Hut ab. Ich habe mich gar nicht auf dem Radar gehabt. Schöner Kommentar. Würde dich auch mal einladen, hier an der Stelle zu uns, in den Matrix-Chat zu bekommen. Dann findest du, die Einladung dazu findest du bei SysOps TV. Das ist doch genau dein Ding, das sehe ich doch schon. SysOps TV. Und dann guckst du mal hier bei Community. Und hier ist, da ist er. Da kommst du zu uns, in den Elite Matrix Club rein. Rot oder Blau, bitte vorher entscheiden. Ist voll gut. Gut. Jo, was wollte ich noch zeigen? Ne, repliziert haben wir, läuft. Alles geil. Also, toll. Ja, Kommentare, Preise in der Hand, dass wir hier fertig waren. Ging um native Encryption ZFS. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Das kam schon hier an, aber es ist halt nicht praktikabel, weil das muss auch einer alles entschlüsseln und debacken, wenn es Probleme gibt. Es muss immer ein bisschen im Verhältnis stehen zu dem, was du erreichen möchtest. Ich glaube, der Kunde verpackt Salate, wenn ich mich nicht täusche. Also, da sind wir schon ziemlich gut aufgestellt mit dem, was wir haben. Klar gibt es Kunden, Bank, Bank, Börse, whatever, wo man sich das vorstellen kann. Aber da ist die Full-Disk Encryption von Freenas, finde ich, ziemlich gut. Also, die ist einfacher zu handhaben, finde ich, als dass du jedes einzelne Dataset nochmal freischalten musst. Aber ich habe genau den Punkt verstanden und bin da völlig bei dir. Besser geht immer. Ich bin absolut offen für sowas. Haben wir schon wieder anderthalb Stunden eine Sendung gemacht? Kann das sein? Oh, okay. Dann müssen wir mal zum Ende kommen. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen früher. Dann haben wir ja noch ein paar Zuschauer, nehme ich mal an, noch erwischt, die zur gewohnten Zeit reingeschaltet haben. Ja, geht. Ich sage nur DSGVO. Ja, und mit dem Wort DSGVO hast du dich gerade disqualifiziert. Also, wenn nachher ein Frank in den Chat reinkommt, schmeißt ihn bitte wieder gleich raus. Nee, war noch Spaß. Wer den Kanal kennt, also verboten ist DSGVO, Docker, Docker, IPv6 und schieß mich tot. Sehr schön. Ja, ja, genau. IPv6, Docker, stich, schreibt der Holger. Klar, sehr schön. Nee, und damit sind wir jetzt hier wirklich auch so langsam, mit welchem Befehl hast du denn NFS-Share auf das Netz festgelegt? Augenblick, das suche ich dir noch mal raus für die Dokumentation. Ach, scheiße, warte mal. Steht, das war die andere Kiste gewesen hier. Da ist das, share NF, hier, guck mal. ZFSZ share NFS gleich und dann rw, add, Netz oder, oder Maschine, ähm, slash Subnetz, ähm, und dann kannst du noch mal ein Komma hinten anfügen, wenn du mehrere hättest. Aber ich hab das ja rekursiv, bei, proxmox macht er rekursiv, die, ähm, Vererbung der share NFS bei FreeBSD hat er es nicht gemacht, beim letzten Mal wo ich getestet habe, ne, und weil es so geil ist, ne, und weil es so herrlich ist, werde ich jetzt noch mal replizieren, einfach nur, weil es kann. Hier, zack, ihr Opfer. 24 B haben sich geändert. Und das kann ich hier den ganzen Tag machen, ja, das kann ich hier einfach so, das kannst du auch jede Minute laufen lassen. Das hindert dich keiner dran, das jede Minute laufen zu lassen. Kein Problem. Geht. Hast du eine einminütige Replikation, weil das ist so effizient, das Scheißding. Ja, das, das geht einfach. Das kannst du den ganzen Tag machen. Ja, das ist, guck, zack. Jetzt siehst du, jetzt haben wir hier nur noch hier die, äh, wenigen Minuten. Fünf Stück hebt er in meiner Variante auf, keiner löscht sie mehr weg. Keiner löscht sie mehr weg. Guter, guter Punkt, musst du nämlich wirklich aufpassen, dass sie dir keine weglöscht. Das kann dir wirklich passieren, dass wenn du Fehler machst beim Replizieren, dass dir dann der Anfüge Snapshot in deinem Arsch weggezogen wird. Einmal, zweimal, dreimal, get written. Guck, alles von 30 hier. Also die Frequenz, ähm, ergibt bei diesen, äh, Häufigkeiten dann die Aufhebezeit. Hui. Björn ist, ach, Björn ist zu Hause angekommen. Sehr schön. Björn, den kennt ihr ja schon, äh, Echo, Romeo, Papa, kennt ihr ja schon bei, von unserer Weihnachtsfolge, die toll war. Und, äh, der ist jetzt zurück. Sehr gut zu hören. Andi Tremmel freut sich. Feierabend des Zeugkants im Kunden. Er kriegt jetzt noch, äh, äh, die IP-Adressen eingetragen, seine Firewall vorbereitet und alles wird gut werden. Letzte Kommentare, Fragen? Dann würden wir sonst hier mal zum Ende kommen und wünsche euch einen schönen Abend. Vloggerlog, ich gebe es am Freitag wieder. Mal gucken. Wir wollen ja mal demnächst paar Replication Engines testen, wir wollen mal alternative Systeme testen. Es ist, wir haben so viel vor, 2021, wir haben bald Shownote, wir haben bald ein Wiki, wir haben bald die Weltherrschaft. Wir werden, wir werden den Apfelcast, wir werden den Apfelcast überholen, wir werden den Apfelcast überholen, den Apfelcast werden wir überholen. So. Och, komm Leute. Falsche Uhrzeit heute. Nichts los. Dann eben nicht. Dann sage ich, vielen Dank fürs, äh, geheuchelte Interesse und für die, äh, mangelhafte Teilnahme heute. Das geht wirklich besser. Wacht mal alle auf, kommt neun Jahre an, lasst euch impfen, wenn ihr wollt, oder lasst es bleiben. Und, äh, einen Daumen hoch, wenn wir noch schön, wenn wir es nach Daumen hoch, teilt uns bei, teilt coole Themen bei Reddit, ähm, so, angewöhnen, wie, weiß nicht, was ihr meint. Teilt bei Reddit, kommentiert uns, ja, ich war einfach zu früh. Ja, ist halt heute mal so. Ich habe halt auch noch was zu tun von Zeit zu Zeit. Mir macht Spaß, ich freue mich. Bis Freitag, dann den achten, mit Sicherheit wieder mit falscher Sendungsankündigung. Tschüss. Wollt ihr das Lied nochmal hören? Bestimmt, oder? Hab ich es noch offen? Ha, ihr habt Glück gehabt, ich hab's weggekriegt. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.